Und ein Moinsen zu diesem VfB aktuell und wie lange berichtet wurde, ist es nun offiziell. Der VfB Stuttgart hat die Personalfragen geklärt. Erstmal das ja auch mal zum Feststellen. Bruno Labbadia wird neuer Trainer beim VfB Stuttgart. Muss man auch ein bisschen zugutehalten. Thema Personalfragen hieß es, bis zum 12. haben wir die. Haben wir einen 5. Jetzt haben wir es, der Wohlgemut und nun eben Labbadia. Aber wie ich auch schon ein bisschen an der Entlassung von Matarazzo vermutet hatte oder rundherum vermutet hatte, haben wir natürlich jetzt auch schon eine 3-Trainer-Saison. Ich habe zu dem Gerücht von Labbadia auch schon ein ausführlicheres Video gemacht. Das gerne abchecken. Darin habe ich auch erklärt, warum ich es gar nicht für eine schlechte Idee halte. Also Betonung auf keine schlechte Idee. Nicht Betonung auf, jawohl, geil, Labbadia. Auch klar. Aber seine Trainerkarriere bisher halte ich für unterschätzt. Wie gesagt, da gerne das Video abchecken. Er ist noch nie abgestiegen und darum geht es ja aktuell in erster Linie bei uns. Ich war und bin auch großer Fan von diesem Weg von Rino, Missentat und auch Hitzesberger. Ich glaube auch nicht, dass dieser Weg komplett vorbei ist. Es gab ja auch Gerüchte von wegen, dass Krücken und Rüten so vielleicht ein bisschen aufsteigen könnten innerhalb des Vereins. Dazu ist Wohlgemut ja auch, geht er in diese Richtung von, ich sage mal, aufstrebender, bisschen, ja, ohne groß, dass man den kennt oder so, unbeschriebenes, plattmäßig aufstrebender Sportdirektor ist, mit Erfahrung im Jugendbereich da reingestartet. Muss ja nicht heißen, dass jetzt hier der Weg komplett vorbei ist. Aber die wissen aber eben auch, auch das habe ich schon angesprochen, dass wir eben drin bleiben müssen. Das ist also Priorität Nummer eins ist der Klassenerhalt. Denn nicht Abstieg, sonst gehen hier Lichter aus. So wird es berichtet. So habe ich es auch im VfB-News zum Beispiel gesagt, im Finanzpart, ohne da jetzt Experte zu sein. Ich hoffe, da kommt irgendwann mal quasi von irgendwem richtig gut recherchiert, wie es genau aussieht. Aber wir können uns finanziell, das ist recht klar, definitiv keinen weiteren Abstieg leisten. Hier hat uns ja Missentat, den ich ja auch, habe ich auch im, ich sage mal, Abstiegsvideo, wie auch immer, als er entlassen wurde, leider. Bloß, dass ich einvernehmlich geeinigt habe. Habe ich auch schon gesagt, logischerweise, den vermisse ich auch. Den habe ich sehr, sehr geschätzt, Missentat, auch da war ich immer ein bisschen kontra gegen die, die gesagt haben, ey, ja, schön, Transferüberschuss, aber keine Weiterentwicklung. Weil in der Situation, wie man hier arbeiten muss, war das schon ziemlich, ziemlich hoch, ich sage mal, an Level, an Qualität und was der uns alles hier geboten hat, für das, wie er hier arbeiten musste. Wie gesagt, hier hat uns Missentat, Thema Finanzen, dermaßen den Arsch gerettet mit diesen ganzen Transferüberschüssen. Was ich aber sagen muss, es könnte ein bisschen in Richtung Rundumschlag werden hier so ein bisschen. So ein bisschen fast verteidigen von dieser Trainerentscheidung, obwohl noch gar nichts passiert ist, obwohl noch gar nicht irgendwie bewiesen wurde, dass es scheiße ist oder dass es gut war. Aber bei der Badia muss ich schon auch sagen, dass mir dieser Umgang ziemlich auf den Sack geht. Also gerade auf Twitter, wo ich auch viel unterwegs bin, könntest du echt meinen, wir wären schon weg. Also das ist gefühlt fast noch schlimmer, als damals ein Cork-Code kam und die ersten irgendwelche Kerzen aufgestellt am Vereinsheim. Und mir vom Gefühl her ist es fast noch schlimmer, diese Trainerentscheidung für Labbadia in vielerlei Twitter-User-Augen, sage ich mal. Mir scheint da leider so ein bisschen dieses Grundprinzip davon abzugehen, dem eine Chance zu geben. Das scheint nämlich komplett nicht da zu sein. Nein, ich finde, die hat er verdient. Ich finde, die hat auch ein Wohlgemut verdient. Es geht um unseren Verein. So, da kann man Werle und Vogt noch so wenig mögen, aber bringt uns halt auch nicht weiter. Wenn wir jetzt hier wieder Woche für Woche nur schlechte Laune ist, Woche für Woche Schmäckesänge kommen oder was auch immer was. Mal gucken, wie es dann im Stadion aussieht. Ob da eine Reaktion kam, kam ja rund um Sieger-Müssenheit und so weiter, kam ja auch keine Reaktion aus dem Stadion, aus der Kurve, wie auch immer. Aber es geht eben um unseren Verein so. Das ist auch eine ganz klare Geschichte. Und eben auch in der Hinsicht, in der Hinsicht der Labbadia-Entscheidung, Werle wird ja nur zugetraut, dass er schlechte Entscheidungen trifft. Das ist ja erstmal der Stand. Auch ich muss sagen, ich bin Stand jetzt auch kein Fan von ihm, von seinen Entscheidungen. Aber gerade eben in dem Kontext, dass eh Leute, Werle, Vogt, wie auch immer, nicht zutrauen, irgendwelche gute Entscheidungen zu treffen. Was habt ihr denn erwartet, was wir für einen Trainer holen? Also ich weiß gar nicht, wo dieser Aufstand herkommt, dass sie Labbadia holen. Für mich war klar, oder für viele vielleicht auch war klar, dass es jemand aus dem Trainerkarussell wird. Dass sie hier nicht den nächsten Matarazzo ranholen. Und da hätte es uns, deswegen bin ich ja auch erstmal den Umständen entsprechend zufrieden mit Labbadia, hätte uns das viel schlimmer treffen können. Ich ging fest von so Co-Produktionen von Held und Gisdol aus oder so was. Oder Weinziel, Korkut, Kohfeldt oder wie auch immer. Da finde ich so ein Labbadia aus dem klassischen Trainerkarussell, vielleicht auch aus dem klassischen Feuerwehrmann-Trainerkarussell, haben wir den Besten erwischt, finde ich. Auch von der gesamten Vita, der Trainerkarriere her und so weiter. Was ich tatsächlich hart finde, ist dann doch die Vertragslänge. Also es wurde auch mal von 2024 berichtet, das fände ich besser, wäre angenehmer gewesen. Einfach für den Fall, dass es schief geht, ist das halt schon eine lange Zeit, die er den Vertrag noch hätte. Also dieser Klassiker, den wir früher hatten, immer wieder Trainer noch weiter zu bezahlen und so weiter. Aber auch da brauchen wir, glaube ich, nicht groß auf überrascht zu tun, weil genau wegen der Vertragslänge ist er mit dem Engagement bei Schalke gescheitert. So wurde es dann berichtet, dass da Probleme waren mit Vertragslänge, Liga-Zugehörigkeit und so weiter. Er bringt Trares mit als Co-Trainer, Benjamin Sachs auch im Co-Trainer-Team dabei und Athletiktrainer Günther Kern kommt dazu. Damit ist Wimmer weg. Die haben sich jetzt auch einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das kam jetzt auch gleichzeitig mit raus. Dritt-Liga-Gerüchte gibt es da schon, so kleinere Gerüchte. Wäre für mich ein guter Start für eine eigene Trainerkarriere aus der Sicht für Wimmer quasi. Fände ich nicht verkehrt. Ihnen muss man auch hier nochmal ein dickes Dankeschön aussprechen. Klar, es war auswärts nicht der Wahnsinn, es war keine Siegeauswärts dabei, aber diese wichtigen 6 Punkte da im Spiel hat er geholt. Sonst würden wir jetzt tabellarisch und so weiter noch schlechter dastehen. Deswegen da auch ein großes Danke an Michi Wimmer. Ich muss sagen, ich habe zumindest was das angeht ein gutes Gefühl, dass wir unter Labbadia die Klasse halten. Wahrscheinlich auch dadurch einfach gegeben, dass er egal in welcher Lage er beim HSV übernommen hat, bei uns übernommen hat, keine Ahnung in Wolfsburg übernommen hat und so weiter, er hat sie überall drin gehalten und dann meistens zumindest in der ersten Saison darauf, die er vollbekommen hat, auch sogar weiterentwickelt. Wie gesagt, ich habe es ja auch ein bisschen nicht so ausführlich drauf gehen, weil ich habe es ja schon gesagt gehabt im anderen Video zu Labbadia, zu dem Gerücht damals. Aber bei der Hertha, bei uns, beim HSV, bei Wolfsburg auch nur, weil danach noch ein Klaasner kam, der mal Vierter wurde. Sonst wäre er auch bei Wolfsburg tabellarisch am Ende des Tages nach 34 Spieltagen in einer vollen Saison der beste Trainer gewesen seither. Auch bei uns, seit acht Jahren wurde keiner besser als dieser sechste Platz, den er mit uns geholt hat, in der ersten vollen Saison, die er hatte. Was man auch ganz klar sagen muss, dieser Schuss muss sitzen. Dieser Schuss jetzt von Werle Vogt etc., wer auch immer da jetzt alles mitentschieden hat, der muss sitzen. Alles andere über Klasse halten hinaus, über Klassenerhalt heraus, ist eben dann die Frage. Da gab es auch durchaus berechtigte Kritik oder eben auch einfach, ja, so ein bisschen Throwbacks, so Jugendarbeit, wie man damit umging, Spielidee und so weiter. Oder sowas, was ihm alles eben noch so ein bisschen hochgekocht wird, wieder gekaut wird quasi von 2013. Sein letztes Ende bei uns, wie gesagt, vor acht Jahren, er war von 2010 bis 2013 bei uns. Da ist eben das Ding. Auch über die knappe Reihenfolge dieser Verkündigungen von Wohlgemut und Labbadia wird viel spekuliert, viel gemäckert quasi, weil da auch scheinbar wieder ganz, ganz viele zu wissen scheinen, sein, dass er quasi nur von Werle geholt wurde und dass das wieder zum Scheitern verdammt ist, weil ihn halt nicht ausschließlich Wohlgemut geholt hat. Wo man sagen muss, ja, also diese Reihenfolge wäre kacke, hat man ja auch genug, hat man gerade eigentlich aktuell mit Werle, der kam ja auch quasi, als alle schon da waren, von Hitz übernommen und dann sind einfach die auf einmal unter ihm beide weg, somit ein bisschen hat. Und Matarazzo, jetzt auch Wimmer, das passiert ja oft, dass eben einfach jemand von außen kommt, an eine hohe Stelle rankommt, schon was vorfindet, ein Konstrukt vorfindet, was schon da ist, aber dem Verein aber so ein bisschen gerne seinen eigenen Stempel aufdrücken würde gerne, ja, den selber aufbauen würde den Verein gerne und deswegen dann solche Leute oft rausfliegen. Hat man auch bei Tuchel zum Beispiel, jetzt bei Chelsea, wo der neue hier Owner aus der USA kam, auf einmal flog ein Tuchel recht unerklärbar oder zum komischen Zeitpunkt. Da muss ich aber auch sagen, würde mich, vielleicht bin ich da auch naiv, aber es würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn die jetzt, keine Ahnung, heute Abend oder morgen, wie auch immer, das erste Gespräch miteinander wechseln würden, Labbadia und Wohlgemut. Also die kennen sich aus einer kurzen Zeit, aus Wolfsburg kennen sie sich noch und dieses Gerücht von Labbadia ist jetzt echt schon lange da. Wohlgemut-Gespräche wurden ja auch berichtet, gab es wahrscheinlich auch schon längere Zeit her, die ersten Gespräche. Ich glaube schon, dass dieser Doppelpack mehr oder minder länger vorbereitet war, dass die sich auch mal ausgetauscht haben werden und auch damit klarkommen werden, dass sie zusammenarbeiten. Wohlgemut hat sich auch so geäußert in der VfB-Meldung, stand so mit drin quasi, das hätte er eben mitgeholt, muss man ja auch machen. Ist jetzt kein Indiz dafür, dass er jetzt ausschlaggebend war, wer hätte ihn bestimmt forciert, aber zu ganz mitgehen tue ich bei dem Quark da, den man auf Twitter liest, ganz generell zum Thema Labbadia, wie ich auch hier schon geäußert habe, nicht wirklich mit. Labbadia ist ein Typ, der ist erfahren mit solchen Situationen wie jetzt, der hat ein Standing, diese Brandrede auf der PK von damals ist und bleibt grandios und ist immer noch brandaktuell heute beim VfB. Also ich bin auf jeden Fall positiver gestimmt als die meisten VfB-Fans, zumindest in sozialen Medien. Da auch mal das Thema, ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal oder ich sag mal nicht unbedingt ein Querschnitt der Fans, wie die generellen VfB-Fans zu Labbadia stehen. Jetzt in der Entscheidung, ich kann mich mit dem guten Bruno, mit dem schönen Bruno, wie man so gerne sagt, kann ich mich durchaus erstmal anfreunden, ohne jetzt über die Gesamtsituation happy zu sein, auch ganz klar, ohne jetzt direkt einen krassen Hype zu haben. Aber das ist meine Meinung dazu, ist ein bisschen ein kleiner Rundumschlag geworden hier. Gerne, wie gesagt, letzte Videos zu Labbadia, zu Wohlgeburt und so weiter. Gerne abchecken eure Meinung in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, hier mehr fürs Zuhören natürlich und bis zum nächsten Mal. Und natürlich, falsche Reihenfolge, aber egal, lass gerne alles kosten, unser Abo da, ne? Bist du Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.